Die Landrechtshöhle in St. Martin bei Lofer ist eines der größten Hüllensysteme Europas. Mit einer Gesamtausdehnung von rund 51 Kilometern gilt sie derzeit als größte Durchgangshöhle der Welt. Werden Sie zum Freizeithöhlenforscher und erkunden Sie den Berg bis in sein Innerstes. Auf der geräumigen Plattform am Ende erwartet Sie ein atemberaubender Blick in die Tiefen der Lamprechtshöhle. Eines ist sicher, wenn sich Ihr Puls wieder normalisiert hat, wird diese Höhle all Ihre Sinne in Anspruch nehmen. Bei Sonne oder Regen ziehen Sie sich warm an. Die Temperaturen in der Höhle bleiben ganzjährig unter 10 Grad.